Tut mir leid, dass ich dich störe. Oh, Stella. Schönen guten Morgen. Aber die Kinder in der Klinik verlangen nach dir. Ist das gerade ungelegen? Denn wenn dich was stört, kann ich die Kinder wenden, anders mal vorbeizukommen. Du kannst mich jederzeit anrufen. Was sollen wir tun? Ich werde den Widerruf anstarten. Was ist da los? Ich werde das nicht heute damit reißen. Ruf mich an, wenn du bereit bist. Ich kann jetzt mal zur Klinik gehen. Ray the Foxfawn. Hallo. Oh, nicht in den Lack. Oh mein Gott. Was möchte der? Likaro, kannst du das lesen? Erinnerst du dich an das Waffenlager, in dem laut deinem Bericht irgendwas nicht geheuer war? Ich habe einen Wachtrupp hingeschickt, um sich eine Sache anzusehen. Und sie haben etwas gefunden, was dich interessieren könnte. Ja. Wir haben nämlich, wir haben nämlich Bescheid gegeben, dass Dan uns Bescheid geben soll, wenn irgendwas wegen Stefan ist. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat. Wir sollten uns lieber unter vier Augen unterhalten. Ich warte in der Sperrzone an den gleichen Stellen wie immer. Ich komme gleich. Ich bin nur auf einem anderen Planeten. Gib mir mal kurz einen Moment. Danke. Die bekämpfen wir noch. Wir müssen aber viel stärker werden. Und wir brauchen die richtigen Einstellungen. Ähm, da sie anfällig gegen das eine ist, sollte ich... Oh! Oh! Das lasse ich mal offen. Ähm, da würde ich da mitmachen, aber ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Daten öffne, die... die nicht für die Öffentlichkeit sind. Ähm, dann lass uns... Oh, die Punkte müssen wir auch noch ausgeben. Ähm, wie komme ich nochmal ab in den Salonwagen? Hier. Oh! 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 Äh, wie komme ich auf die Map? Star Ray Karte. Oh, danke. Äh, Yarilo. Weißt du was? Ich mache das mal anders da. Ich gehe über... Ähm, über den... Über die Aufträge rein. Oh! Oh, ja! Erneut versuchen. Danke. Wir bräuchten noch ein bisschen davon. Oh, das brauchen wir definitiv. Und das können wir easy machen. Sehr schön. Ich habe die Quest gestern nicht gemacht, das ist gut, dass ich sie jetzt machen kann. So. Namenlose Möre. Sehr schön. Oh mein Gott, immer so viel zu klicken. Das finde ich immer so schlimm. Ah, ja gut. Komm, ich hole das jetzt ab und dann klicke ich später drauf. Ich darf es nur nicht vergessen, deswegen... Es nervt mich nur dann. So. Die Prophezeiung ist schön, wir müssten aber wirklich erst einmal zu Natascha und vielleicht sogar gleich Click Simulator 2000. Oh, ja. Es geht umsonst. Wo ist er jetzt? Wir könnten Hooks Geschenk noch machen, das ist auch Beuist. Ein Mensch in Wiederhoffnung geschöpft, die Wiederhoffnung von Handelsrouten in der Oberwelt hat ein Leben der Menschen, die früher um das Unbelebten kämpften, eine neue Bedeutung gegeben. Auch wenn noch vieles in Argen liegt, ist es zweifellos ein schöner Anfang für uns. Und das ist alles dein Verdienst, Trey Blazer. Wegen Juniors. Stupid witchy old... Natascha! Have you finished fixing Junjun? Oh, your teddy bear? He's nearly done. Here, take a look at him. Wow, he looks brand new! Natascha, you're incredible. Glad to be of service. Now then, did you really bring him over here with you just to pick up Junjun? Come on now, what are you guys up to this time? We're going to the auction! Ah, no, no, that's not what we're going to do. Hey, you big mouth! The auction? The one at the Vagrant camp? So you made me go through all this effort to repair Junjun just so you could sell him? I, um, I don't know what I remember. Think of something! Plan, etwas einfallen lassen wird ausgeführt. You two make an adorable duo. I was only joking, Hook. Junjun is yours and it's entirely up to you what you do with him. But you must make one promise to me. Ach, schade, dass sie einfach nicht, einfach nicht sagt, dass es ein Geschenk für Papa ist. Ich weiß nicht, warum. Like, what is it? Don't go charging into the fragmentum again. Mr. Firstman heard about what you did and came to me to find out, what happened. Your dad worries about you. Stop giving him reasons to. Daddy? Okay. I swear I'll never meet Natasha or Daddy worry again. I'm going to have to trouble you to keep an eye on this kid again. You seem to be doing a good job, so I'll leave it at that. Off you go then, and good luck. Thanks, Natasha. Honorary member, let's head to the auction. Befehl, etwas einfallen lassen wird ausgeführt. Oh, schön. Hm. Hm, ja, 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 Edelsteine. Wir lassen uns nicht, äh, wir machen das richtig teuer. I'm with you. Upgrade configured. Ich muss mir überlegen nochmal, was ich nochmal gesehen hatte. Hooks Befehle werden ausgeführt und wenn dann man morden muss. Ah, Ray Asper. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, in der Auction. Ich glaube, das Item wird viel Interesse an der Auction. Ich sehe keinen Wert. Ist die blind oder was? Und du nennst dich eine Auktionatorin? Oh ja, das werden wir voll ausnutzen. Die Augen. Warte einen Moment. Das ist Natural Erebus. What are precious gems doing on such an ugly teddy? Okay. Okay. Akzeptieren wir so wie es kommt? Hey, who are you calling ugly? Take that back. Dann nimm die raus. Der, der sie kauft, kann doch verarbeiten. Und sie denkt auch, er kommt mit neuerzählbilligem Zeug an. Ja, wenn man, wenn man schon mit einer negativen Einstellung daran geht, dann sieht man auch nichts Positives. Oder man beachtet das gar nicht mal so richtig. Deswegen ist es wichtig, immer neutral zu beachten. Aber deswegen habe ich auch geschrieben, du nennst dich Auktionatorin. Verstehe ich. Im Endeffekt schon. All right, all right. Don't get upset, little missy. I'll respect the wish of the owner and keep Junjun here intact. Please, sign this commodity contract here. Let me do it. And if you and your friend would like to bid, please fill out this buyer registration form as well. Of course we'd like to bid. I'll sign again. Honorary member, ask about the probe. Probe? Are you talking about the Geomaro probe? As far as I know, there are a lot of people interested in acquiring that device. The estimated sale price is no less than 600 shield. That's doch gar nichts. so eine chance of the server war. Oh, then we'll be counting on you. I'll tell you secret. The more bidders there are, the more you can get for your bear here. The place is teaming with potential buyers. It only takes a gentle much to get them to join in. Your hook doesn't get it. What do we say? Oh, I won't be much help then. Hook never just... Let's ask around. Junjun's super cute. I'm sure there'll be loads of people interested in buying Oh, yeah. Und da muss ich wirklich sagen, selbst Baris Ferraris bin ich nicht so der Freund davon. Klar ist deine Auktionatorin und was mich halt richtig stört ist, was ich auch nur so mitbekommen habe, ist, wenn du den Preis der Auktionatorin nicht annimmst, äh, darfst du gar nicht mitmachen. Klar, die sagen immer, die machen es höher oder so, aber die bieten das dann auch und blöffen dann auch. Aber wenn du das nicht annimmst, wird Böschkopf an Teddybären interessiert. Was ist mit dir los? Gott hat wenig Worte, aber er kauft bestimmt. Er, bäschkopf an kauft a bäschkopf 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 in front of other people, bäschkopf Why not ask him to write his thoughts down? Oh Well Look at that That's no ordinary Teddy bear Wait How did you know that Unless you're A fellow gemologist Yes I didn't think anyone else had noticed I guess getting my hands On those gems won't be so simple After all But it's so absurd I don't understand Why precious gems would be sewn Onto a teddy bear Is this some new kind of scam So you don't think Junjun Deserves those gems Junjun Hmm Not that's okay I didn't take it to heart In any case Erebus of that purity Is hard to come by in the underworld I have to get my hands on that bear Even if it means breaking the bank Yes Junjun will break your bank for sure The gemologist will be bidding too Hook's teddy bear may be the center of attention Richtig Davon nicht vergessen Don't try making conversation with me I don't trust anyone here I warn you there's only one winner at an auction Everyone here is one of my competitors You think you can fool me Seems like this guy's got a Temper? What temper? I'm perfectly calm Thank you Perfectly calm You're sellers, right? I just got sight of a teddy bear on the bid list Is that yours? Is this yours? You too with your poker faces You gotta trick up your sleeves with that bear Oh yes This guy thinks that the whole world is against them What should we do, honorary member? What should we do, honorary member? What should we do, honorary member? Yes Lass ihn dir nicht entkommen Dieser Bär, den solltest du nicht kaufen Nimm ihn nicht We could find the auctioneer now and kick off the bidding And kick off the bidding We are ready Although there's still some time left And we could also see if we missed any buyers Zum Beispiel der kleine Dieb Erik Bist du Erik? Meinst du Bronja? Mh, der will mit der Seilbahn hoch Weil er Bronja sehen will Bronja hat einen ziemlichen, ähm Hat halt Ziemlich gezeigt Also Ja Wahrscheinlich ein Idol Vielleicht ist er jetzt ein Idol Ah egal Irgendwie so Irgendwo Ist vielleicht noch einer Klar Schade Vielleicht wollt ihr besorgte Verkäuferin? Wenn ich mit Onnice rede Wird er wahrscheinlich wieder rappen Hi Oh mein Gott Schon wieder ein Rap Ich hab nix gegen Rap Aber ich will doch einfach nur die Mission haben Rekwender Ich spüre die Wenn irgendwas ist, brennen Und ins Bekan treten Ja Cool Muss ich alle ansprechen? Ich hörte da was Something called A Geomero Probe At this Auction Aber ich wusste nicht Es wäre so pricy Wo hast du das gehört? Was ist A Geomero Probe? Ich bin nicht sicher Aber es war Balloway Das hat mir gesagt Ich bin nicht sicher warum er will es Es ist so expensive Es muss sich A lot of Leute After für die Die price To skyrocket Like das Wow Who cares About that Probe Thing There's a teddy bear At the auction That looks Pretty valuable What's so appealing About a toy We're clearly Operating on Different wavelengths I heard Where did I'm not A hook What's so appealing About a toy Okay Fat The teddy bear I've seen it The one with the Aribis eyes, right? I was playing I'm bidding for it Correct I rushed over here From a neighboring town And forgot my Tarme wallet Well that can't be helped But I also have my own Items to auction And a commodity contract If I can sell my stuff At a good price I might be able to afford The bear Ich lasse auch Selbst Sachen versteigen Und habe einen Handelsvertrag So What's the catch? The catch is I Lost the contract Well that can't be helped Well that can't be helped Not so fast I I know where the contract is Okay Und? Stole it And now it's lurking Somewhere in the Machine graveyard And I'm Too terrified To go after it Just my luck If I can't retrieve The contract Has anyone Seen my grandson? My grandson? Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god How many times have I told you to stay close to me? You'll get lost Ehrlich? Die Synchronsprecher sind nice Und auch da hinten in der Ecke So Why are you hanging around here by yourself tiny? Yeah tiny Where are your parents? What? You brought me over here My grandma's just over there Hey Did we give you permission to speak? Alright Enough Mr. Nice Huh? Who the heck are you? Boss These two must have more money than this brat Let's rob them instead Agreed Get em Oh easy Ich hab sogar mein Oh Ah okay Ich hab mein passendes Team für diese Gegend Auch hier Oh schade Ich dachte er dreht sich wenigstens Mann ist der denn nicht hoch Combat is a series of precise machinations Ha 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 So Ciao You're safe Go find your family That was really brave of you I hope I can be half as strong as you someday Thanks so much guys I gotta go Das einzige was daraus ist Dieser Teddybär Ah das wäre genial Isn't this the kid we just saved? Oh it's that breed girl Grandma Grandma They're the ones who saved me Oh my goodness I can't even begin to express my grandma You must find you both so much He's my only grandson And I don't know what I would have done Can we buy the teddy bear at the auction grandma? I'm sure that teddy bear must have belonged to a nice person Let's go and take a look If grandma wins the auction Don't tell your parents I bought it Let's pretend it was a gift from this kind young man Grandma's the best Oh 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 You're really sweet Junjun will be super happy if they take him home Anyway We should get Ja So Wir können auch potenzielle Käufer finden Wir müssen aber erstmal ins Friedhöfchen Hier runter Denn Wir brauchen Chippard Mehr brauche ich eigentlich gar nicht Weil Ah ja gut Hier ist ja schon wieder Das Hallo Die sind glaube ich wieder nur mit Dingen kaputt machbar Ne Oh All die Leute die ich jetzt hier drin habe sind sehr langsam Die Geschwindigkeit ist echt gering Time for a detailed overhaul Come one come all So Time to twirl Sehr schön You will know justice Und da kehren wir so Kannst hier nochmal twirling Time to twirl Sehr schön Und jetzt nur noch du Maybe you can keep me down Is this a contact that careless guy lost Let's give it back to him Hallo Ciao Ich muss hier mich beeilen Sehr schön Jetzt gehen wir wieder hier hoch Geben denen das Und dann Schauen wir mal Vielleicht hat man dann auch automatisch die ganzen optionalen abgeschlossen Genau It's Kafa Hallo Wünsch einen guten Tag Really Thank you so much If I can just sell my items I'll have enough money to bid on the Arabist Teddy You two have done me a huge favor I won't forget it Meets Subi Wie geht's dir denn Ich hoffe doch auch Subi Äh Finder Den Find potenzielle Verkäufer Ja aber Wo wird hier noch einer sein Vielleicht in der Nähe von dem Was ist das Auktionspersonal Du hast mir die Broschüre gekriegt Ja Woher weißt du das Hey 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 There are lots of people here Who want the same thing as you Do you remember Balloway The miners lamp He told me everything Hm Diese groben Lampe I'm looking for Gertie Manager of the Gerta Grand Hotel Please tell me if you see her Gerties niece will be returning to Bouldertown in a few days She asked me a while ago if there would be any gifts suitable for children at the auction I've noticed there are a few more children's items at the auction today But I haven't seen Gertie anywhere She hasn't returned to Bouldertown yet has she So Gerties hunting for children's toys Maybe we can persuade her to bid on Hook's teddy bear too Das Problem ist wir müssen Gertie finden Sprich mit Gertie vom Grand Hotel Ja aber wo ist sie Ist sie noch dort Wir müssen da jetzt wirklich hinlatschen Ich bekomme keinen Hinweis Findet den potenziellen Käufer Also Gertie ist schon mal nicht Oh vielleicht ist Gertie ja drüben Hier drüben meine ich Dass sie rüber gelaufen ist Ich sehe Gertie nicht Vielleicht müssen wir auch wieder in Felsenstadt mit Gertie retten Gertie hat die will in einer Auktion mitmachen Ist aber ganz wichtig Okay Bist du schon fertig mit deiner Arbeit heute Oh was ist sie noch probieren Oh What about the auction I wanted to go and see Whether there were any gifts Toys or dolls that my niece might like I didn't mind if they were a little more expensive than usual I just wanted her to be happy So I got up early this morning And went to take a look around Turns out all the items were ancient relics There was something called a Geomero probe It all sounded a little extreme I went around the whole venue And couldn't find what I was looking for So I came back early That's right My teddy bear is one of them Your niece will love him Oh really I guess I must have missed the latest additions In that case I'll finish up here And head back to the vagrant camp Thanks so much for letting me know Na gerne Die Kinder mögen's ein bisschen mehr extrem Ich mag manchmal diese Falschantworten Die es da gibt Ob das dann natürlich einen Unterschied macht Das sehe ich vielleicht erst beim zweiten Oder dritten Mal spielen Aber Ansonsten Gefällt's mir sehr Ah Leider beim zehnten Mal auch nichts bekommen Naja, wir lassen uns mal probieren Okay Puh, jetzt wird's interessant Bitte warte einen Moment Die Auktion wird kurz beginnen The next item has been provided by Hook A gemstone collector from Boulder Town It's a handmade teddy bear Adorned with Erebus An innovative design It combines incredibly valuable Erebus gemstones With a good old fashioned Cuddly teddy bear Mit einem good old fashioned The opening bid is 300 shield 325 Oh, you're adding 25 Isn't that What's the problem with 325 That's my offer Der seltsame Mann 350 I'll add another 50 And I'll add 50 to that Over here Add another 50 I'm putting my reputation as a gybologist on the line I have to get my hands on that Erebus Add another hundred shield Oh mein Gott Diese Synchronsprecher Ich liebe die 600 going once Any buyers going higher 600 shield for the Erebus teddy bear Going twice Any other offers 600 shield going three times And sold Die kauft den The gems belong to me I hope this money is enough to buy the probe Das Problem ist, es beginnt mit 600 Die kauft den jetzt Och, Menno The bidding for the Geo Marrow probe Has been postponed Due to unanticipated complications at the venue Please be patient and don't leave the auction If you want to bid on it Don't worry everyone Just a minor technical issue We'll take a quick break now And the auction will resume soon A break? Hmm Do you think there's something wrong with the Geo Marrow probe? Let's go ask that staff member Das hat jemand geklaut Das Problem ist Oh, jetzt hat die Omi das nicht Mit dem Kind Ich hab mich gefreut Wenn sie's gekauft hätte Dann kommt diese Gemmonogen Die tut den Teddy die Augen rausreißen Naja, so ist das Spiel What happened to the Geo Marrow probe? You tell me right now Straight away Immediately There's nothing to worry about It's just a Technical issue You don't sound very convincing Did someone steal it? Well We can't say for sure that it was stolen We've contacted the seller and sent some people in search We should soon be able to Yeah Why is Wildfire so incompetent? You should have put the moles in charge I gotta catch the thief and get the probe back Any ideas, honorary member? Are you suggesting that someone altered the registration form? That's simply not possible We've been keeping a close eye on everything Fool What the honorary member means is that the thief only came here to create trouble They weren't interested in buying or selling, right? I don't have a salary to give I'm a volunteer Oh, that tut mir leid Wait a minute Let me see Hmm Aside from you There was someone else who registered as a buyer But never put in a bid And I think there was a miner who registered with him Come on Let's go and interrogate them Ah, das sind die zwei Ja Sie wollte aber den Teddy Nee, sein Kollege ist weg Hi, excuse me May I ask where the miner who registered with you is gone? Him? I think he went back into town So He already ran away He came here saying he wanted to buy the Geo-Mero-Probe But then he changed his mind for some reason And ran back to Boulder Town alone I don't know him all that well Why don't you just head into town and look for him? Do you really think he'll turn out to be a thief? I'm not so sure now Anyway Outsiders You should go and look for him in Boulder Town I need to make sure the other buyers haven't left If you don't find anything The thief might still be among us Let's head back to Boulder Town and catch the thief Aha Er ist den ganzen Weg schon zurückgelaufen Unser Freund Da ist der zwielichte Typ Hey you Did you take the Geo-Mero-Probe? Hand it over right now Huh? What? Who are you? Where are the people I'm supposed to meet up with? Honorary member We shouldn't waste any time talking to him Let's just knock him out What can a couple of Brats do to me? Do you even know how much the Probe is worth? You two better think twice The boss put in a lot of effort to find this item Enough talk How about a Dicker-Drunk-Knuckles-Sandwich? Jo Einfach drauf Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Huh It's all yours Viel zu einfach Time to twirl Die müssen ja auch noch explodieren Ha Ja Okay enough I give up okay Stay calm I'll give you the Probe Just listen to me I overheard the auctioneer say That the Geo-Mero Probe would bet at least 600 shield 600 shield Have you ever seen that much money? Ich gehöre zu den 10 reichsten Leuten in Bellowborg Erzähl der Kleinen Keine Märchen Sie ist schlau Why would I lie to you at this point? How about this? The boss along with a few buddies and I We put together 600 shield and buy the Probe from you Hmm? No! Hook won't do that Come on Missy Don't be so stubborn We can talk it over I see You just want to keep the Probe to yourselves, right? And here I was thinking I'd met some nice people Huh? Maybe it did in the beginning but things have changed now Let's go honorary member Wait a minute You're just gonna give it back? That's 600 shield 600 There's nothing to think about Mr. Thief I want this to tech We're gonna win it at the auction fair and square Let's go Genau 600 600 600 Die werden wir ersteigern Mit unseren 600 shield Mehr haben wir ja auch nicht Wir werden genau 600 bieten 750 haben wir dann 800 800 You've earned it Besides If you win the bid for the Geo Merrill Probe You'll have paid back the seller anyway, right? Well I didn't say that But you could certainly interpret it that way Hook generously accepts the reward We've got 800 shield for the auction Ladies and gentlemen The technical issue has been resolved Technical issue The second half of the auction is about to commence Please gather in an orderly manner Okay The next item up for auction has been provided by a veteran prospector from the Vagrant camp It's an ancient relic A Geo Merrill Probe The item itself was once a key component of another old world relic And its one-of-a-kind craftsmanship has long since ceased to exist This meticulously preserved probe is a rare work of art The opening bid is 400 shield 4,50 4,80 Oh boy 5,20 5,50 5,60 Diese Stimmen sind so gut 7,50 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 100,50 8,50 9,50 9,50 10,50 10,50 12,50 besten danke für deine hilfe zehnmalen hintereinander nicht der rede wert ich brauche keinen lob mein ton ist weg naja gut ihr habt es gehört aber ich muss mal kurz trotzdem nach meinem ton schauen danke ich mag das drückste frau kannst du direkt sehr schön gemacht man kennt das ganze gebiet ich habe es auch schon komplett abgeschlossen deswegen muss da auch nicht mehr sondern sie wieder wie sie geht es dir ja das haben wir schon gelesen und ich sind zurück natasha hook you look very happy did something good happen yes mine and daddy's birthday party is starting soon can you help me wrap up this gift i want to surprise daddy you rascal you only come and find me in situations like that please natasha i'll help you clean the clinic for half a month if you help me deal i can't believe you won such a valuable item you must have fetched a small fortune ha natasha's handwerkskonzert alle überzeugt and with the arabis you must have put in a lot of effort to get such a good price first man will be very happy with this gift by the way how are your birthday party plans coming along have you invited this young man oh not yet big brother do you want come to my birthday party kann ich ablehnen sagt sie eigentlich big sister dann bei der anderen geht question machen sich wirklich den aufwand kann man noch mal mit natasha über das thema reden ne gut hat sie jetzt überhaupt die 50 schild gegeben hallo hallo vergesslicher worüber redet die nothing um hook would never compliment an honorary member behind their back we were talking about the birthday party you want to hear about it too like garty always makes a big black bean cake for hooks birthday oh oh and daddy always makes a huge roasted rock crab for me it makes my mouth water just thinking about it and don't forget about diggertron daddy brings a year's worth of machine oil and diggertron drinks it all up i'm the boss of the moles if i don't get enough to eat how will i have the energy to punish villains we were talking about the birthday party you want to hear about it too well i had to invite daddy first speaking of birthdays daddy never used to celebrate he only started doing it when he adopted hook er hat seinen geburtstag früher nicht gefeiert erst nachdem hook adoptiert hat er ging hat er i also invited other members of the malls and oh yeah see you too she couldn't come today but she said she'd still send me a gift warte mal ha adoptiert okay wo kommen all diese waisenkinder her wer hat sie eigentlich alle produziert das frage ich mich jetzt mal wirklich we were talking about the birthday party you want to hear about it too legen wir los zum bilder oder i do hope you will forgive the ramblings of an old man but i i would like to say a few words i had no idea when my birthday was before i adopted hook and i most certainly did not celebrated oh i didn't realize how important birthday celebrations were until i met my daughter that is why i chose to have my birthday on the same day as hook so that we could celebrate this special day together that continued year after year until i too began to look forward to the party today is an extra special day in addition to the moles hook has invited a dear and brave new friend i hope you have a wonderful time with the party today natasha told me that you helped hook retrieve a teddy bear it used to be that hook could only fall asleep when she held that bear in her arms aww daddy don't bring that up hook's grown up now i can sleep without hugging june june life has gotten increasingly difficult since we left the mining town all those days away at work have meant that your dad hasn't always been around to look after you but fortunately june june was always with you to keep you company when i wasn't around i you sold him oh don't worry daddy i don't need a doll to keep me company anymore natasha the moles and the honorary member will keep me company from now on so i won't be lonely you sold him i truly am an incompetent father i had no idea not true i know you care about me the most daddy i just didn't tell you because i didn't want you to worry huh thank you hook but the birthday gift i've chosen is huh what did you get for me daddy this a teddy bear's cap clothes and a dresser hello home for him eine mütze kleider und eine kommode für einen teddy bear und ein kleines haus toy making companies are increasingly scarce this year i had to travel to different towns i never expected june june might have been sold hmm what a shame aww it's okay daddy don't cry natasha will teach me how to make another doll oh yeah i got a gift for you too open it and take a look for me i'm curious it's the geomorrow probe he helped me to bid for it at the auction i bought it with the money i got from selling june june lass mich raten ist was seine with this you should be able to repair the vein detector right daddy er hat's verkauft er war der verkäufer thank you so much hook daddy really likes this birthday gift but i might not be able to use it right now oh why not it's like this hook i bought your gift with the money i got from selling the vein detector so my gift is also useless awww hook do you still like the gift i got for you of course your gifts are the best in the world well i feel the same way about your gift hook me and you are in the same boat daddy oh die zwei so hooks geschenk das haben wir auch abgeschlossen ah hook besucht jetzt den express du kannst hook treffen wenn du zum express zurückkehrst kriegen wir am anfang oh ich hab union bekommen nice du weißt dass natascha zu genauer näherarbeit zu genauer näherarbeit mehr als fähig wäre aber du bevorzugst den zerschlissenen punk rock look djun 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 lass mich dir eine frage stellen wer ist hier in der unterwelt am krassesten nice und untergrundmusik bekommen nice so das hätten wir abgeschlossen richtig schön ich würde gerne aber ich mache noch nicht ich will erst einmal schnell ähm ha wie machen wir das am besten wir müssten jetzt erstmal die balancestufe erhöhen wir brauchen balancestufe 2 um die balancestufe 2 zu machen müssen wir mal gucken dass wir hier äh balance 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 ha ah hier auf geht's die balancestufe 2 erreichen das wird aber jetzt schlimm für uns dann ähm kennst du da lang danke äh war das letztens schwer ich weiß es nicht mit am besten ich vorbereite mich da oben ist noch unser freund den wir nicht besiegt hatten ah ich würde gerne da hoch gehen und mich um den kümmern hier haben wir aber auch noch nicht alles gefunden ne ähm was war's ich mach erstmal die prüfung und dann gehen wir da rein die richtung gefällt mir eher prüfung der balance schulscher um mögliche gegner wir haben einmal mal ah es wäre definitiv besser wenn ich mit meiner figur wechsle auf zerstörung ups ich verstehe es manchmal nicht hier drauf gehe kann ich hier zurück gehen ah ok aber esc geht komplett zurück das ändert nichts wechseln wir benötigen wir benötigen erfolgsachten schaden er hat der angriff des trägers zum thema sind und den schaden nehmen wir genau ja brennen können wir noch nicht einsetzen wechseln so das können wir auch jetzt nicht verstärken aber wir müssen erstmal um uns weiter stärker zu machen ich hab schon wieder einen freund arkane gerne das ist bei mir ein gänchen ist alles voll so dann haben wir noch Eis und Feuer aber nicht hier besser ist dass wir den Sturmbringer schaden machen können damit er aufhört seine Fähigkeit einzusetzen und sie wird aufhalten in jeglicher Art wir behalten das so empfohlene stufe 39 wir sind so gut wie vorbereitet oh 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 so bah wir müssen sein Schild attackieren sehr gut kann er dann auch gleich den attackieren alles gut wir haben ein Schild au wir haben noch Schild brauche ich mir gar keine Sorgen oh und dann hm hm aber wir können auch hm 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 Er ist freest und er kann erst in der vierten Runde attackieren. Hm, wir probieren es. Kein Freeze. Machen wir ihm genügend Schaden, dass wir ihn finischen können? Okay, wir beachten. Na, no, no, no. Oh, sehr schön. Gut. Ich hatte schon Angst, weil ich so schnell gedrückt habe. So, das Gute ist, er kann jetzt heilen. Und dann nochmal Jepard mit Schild und dann nochmal härter. So. Wir brauchen keine Strategie. Ich habe schon wieder Angst bekommen, langsam. Oh, weißt du was? Nee. Zeit. Zeigen. Ich kann keine Fähigkeit in der Form abkriegen. Das ist okay. Ich will auch keine Bestrafung abkriegen. Das tut ganz schön viel Schaden machen. Fähigkeiten sind immer noch nicht erlaubt. No, er kann sich das erlauben. No, das geht. Sie kann sich das nicht leisten. Er kriegt zu viel Schaden dann. Aber er kann sich das leisten. Er kann sich auch einmal wieder beleben. Oh, das tat weh. Er kann sich die Geschichte in eurem eigenen Weg. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, neun, fünf. Schön. Und abgeschlossen. Oh mein Gott. Was? Das sieht wie eine grobe Umriss eines Monsters aus. Das ist noch ein schöpfendes Fragmento. Ich melde mich besser zuerst den Herrn Yang. Was ist das, Herr Yang? Runde Schatten ist ein Wesen, das durch Fragmentum Energie beeinflusst wurde und in einer statischen Raumzeitumgebung gefangen ist. Sobald externe Kräfte auf sie einwirken, beginnt das Raumzeitkontum innerhalb der Schatten wieder zu fließen. So kann die eingeschlossene Kreatur wieder aktiv werden. Ich würde jeden davon abraten, mit dem Schatten in Kontakt zu treten. Es sei denn, man ist tatsächlich an den wertvollen Relikten interessiert, die den Schatten verbergen. Sei einfach vorsichtig. Äh, ja. Das Problem ist, den kann ich jetzt nicht nutzen. Mhm. Lass mal kurz das anklicken. Oh. 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 Okay. Ich verstehe. Hier bekomme ich die einzelnen Sachen. Aber davor. Synthese. Genau. Ich kann das jetzt weiter synthesieren und kann die verbessern. Das ist gut und wichtig, weil wir müssen das nächste Level erreichen. Also halt allgemein. Clara? Oh. Clara. Lecaro. Bist du in letzter Zeit frei? Süße Emotikon. Ne. Was ist denn los? Natürlich, was gibt's? Diese Roboter-Siedlung hat in kurzem mit einigen Problemen zu kämpfen. Lecaro. Äh. Sieh es dir bitte an. Wenn du Zeit hast. Wirklich? Keine Sorge. Ich bin gleich da. Dann Lecaro. Ich warte bei Herr Swarok auf dich. Seltene Zuneigung. Okay. Klar. Wir haben ja einiges zu tun. Ich will da oben noch den, den Bösewicht. Aber ich glaube, der ist jetzt auch zu hoch, ne? Von da oben kann ich, kann ich nicht sehen. Okay. Da das Level jetzt hier auch höher ist, habe ich die Vermutung. 43. Das ist nicht gut. Warte mal kurz. Ähm. Äh. Erstmal Himiko aufsteigen lassen. Endothermest Schittin brauchen wir dafür. Runde Schatten. Sperrgebiet der Silbermane Wache. Und dann brauchen wir das Schimmernder Kern. Die kriegen wir aus einer Flammensprosse. Hm? Form des Phantoms. Oh mein Gott. Wait a minute. Aufgelegter Platz. Flammensprosse. Oder andere Gegner. Nietz statt. Flammensprosse. Aha. Omni-Synthese-Maschine. Oh. Oh. Schön. Äh. Wir machen einfach mal 20 Stück. Aber ich kann nicht alle machen. Ich brauche noch ein paar für so allgemein. Und dann benötige ich noch. Achso. Warte mal. Wie sieht es denn mit dem aus? Hm. Da muss ich die ganzen Gegner attackieren. Von diesen Bäumen habe ich echt wenig. Das wird problematisch. Von denen auch. Alles ein bisschen synthesieren. Dass ich wenigstens... Oh. Hier habe ich ganz wenig. Fünf. Fünf. Sieben. Neun. Dreizehn. Da kann ich nichts machen. Davon habe ich aber auch einige schon. So. Um die herzustellen benötige ich. Balance Stufe vier. Die kann ich auch noch aus anderen Gegenständen herstellen. Was ich auch sehr nice finde. Hm. Das wird nicht einfach. Die müssen wir farmen. Ich würde... Ich glaube erstmal wirklich Jepard hoch machen. Dann lassen wir nochmal gucken. Wir brauchen Feuer. Haben wir. Viel Feuer brauchen wir. Mhm. Ähm. Teamformation. Hertha. Tut mir leid. Ich muss dich wegen Hook tauschen. Wir brauchen nämlich wenig Eis. Aber Jepard brauchen wir wegen Schutz. Ansonsten könnte ich noch... Ähm. Ihn wechseln. Weil ich kann aufsteigen. Ah. Ja genau. Weil er... Ähm. Nur die Einzeldinger braucht. Sehr schön. Dann wechseln wir wieder auf Bewahrung. Das ist kein Problem. We are Wildfire. Dasselbe gilt für... Oh. Jetzt habe ich eins zu viel gedrückt. Für ihn. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Andere zu erhöhen. Ähm. Da brauchen wir Schlüssel. Das ist ein Teser. Kann ich zwei herstellen. Hier kann ich drei herstellen. Das bringt noch nix. Ha. Ha ha ha. Was hätten wir noch? Weil wir den Angriff des Trägers... Und wenn wir jeden besiegten Gegner... ...wird der Angriff des Trägers um 5% erhöht. Dieser Effekt ist dreimal stapelbar. Ah ja. Hat er auch automatisch mit Hertha getauscht? Jo. Sehr schön. Und den zu verstärken brauchen wir auch wieder Schlüssel. Haben wir nicht. Können wir nicht machen. Oh, warte mal. Ähm. Wir müssen... ...hier vielleicht noch. Leblose Klinge. Ähm. Hm. Blütenkelch machen wir dann. Ich freu mich, ob ich dann auch noch die alten trotzdem bekomme. Das ist halt immer besser. So. Und dann noch die Relikte rein. Sehr schön. Holen wir auch gleich ab. Wollen wir mal. Wir könnten... Wir brauchen eine Strategie. Oh. Huh. Wussten ich das ja gleich attackieren. Wurden wir den erstmal anschauen. Oh. Ah. Mein Schild ist ja auch schon kaputt. Hohohoho. Ah, nicht ganz. Okay. Die zu attackieren würde jetzt dazu führen, dass sie brechen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ach so, viel brechen sie auch nicht. Ihn direkt zu attackieren ist auch nicht schlecht. Oh, der stirbt ja sofort. Oh, nicht schlecht. Hätte ich das gewusst, dass die so schwach sind. Aufstoßen. Aha. Das geht auch schnell. Das finde ich aber eigentlich unnötig. Mal gucken, ob man das farmen kann. Wir brauchen ja einige trotz dessen. Wow. Aber es geht eigentlich. Die sterben auch voll zu schnell. Oh, es macht mehr schade. Der Bruch macht sehr viel Schaden eigentlich. Und da Aoe Damage macht, und Shepard ist dabei, ist es gar nicht mal so schlecht. Dreier-Treffer. Dafür bekommen wir zwei Stück. Ha. Ha. In dem Namen Landau. Eine Wille, gefeiert in Eis. Nie zerstört. Das ist alles. Oh, ein Klammer. Darum gekümmert. Serienbrecher. Das ist eigentlich richtig stark. Der Schild ist immer gut benötigt, aber ich glaube, da passiert nicht viel. Der Schaden ist auch wirklich nicht so hoch. Ich habe etwas für dich. Verzeihung, Reduktion, okay. Ha. Ha. You won't get away. Perhaps you still humanity never can see us as it's desired to control the heavens, and I'm no exception. It's time. Ha. There are Eknas. Hope you're prepared. Ha. 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 Die Monster, also das jetzt hier in der Mitte, das sieht eigentlich eher so aus wie, wie so von, von der Legion. Ha. Das endet hier. Ha. 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 Da kann man richtig gut fahren. Hm. So, reicht aus. Genau, geh in deinen, in deinen, in deinen Kasten wieder. Ich hatte auch eine Mission gehabt, dass ich das dauerhaft machen soll. Ich habe auch einige davon, um das auch noch abzumachen. Das ist eigentlich recht gut. Das ist eigentlich recht gut. Das ist eigentlich recht gut.